so hey leute ich wollte mal wieder endlich was videos machen für die picos ja ich habe eine notsituation wie man vielleicht sieht meine haare sind fertig und platt und sehen überhaupt nicht gut aus deswegen habe ich folgende idee gehabt wir haben ja diese wunderbaren mit denen wir letztes mal auch schon ganz viel gemacht haben und ich habe mir gedacht wieso nicht die als lockenwegler benutzen das werde ich jetzt einfach mal versuchen ich habe es noch nie vorher probiert wir versuchen es jetzt einfach ich nehme eine strähne so gut es geht vielleicht hätte ich es doch mal vorher probieren sollen aber so bleibt es realitätsgetreu dann würde ich das jetzt einfach hier so draufwickeln aufrollen sieht jetzt natürlich alles nicht toll aus dann habe ich so eine klammern besorgt hier so eine haarklammer und die stecke ich da jetzt einfach rein hält das ja hält sogar das ist die nummer eins mal gucken wie es weitergeht so nachdem ich das jetzt irgendwie so ein bisschen versucht habe merke ich gerade ich glaube ja 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 ich ja